Nun ist Ostern vorbei und das Ganze sieht gar nicht so schlecht aus. Zumindest mal beim DAX hat man den Eindruck, als ob jetzt, also wenn nicht jetzt bald das Jahreshoch, nein, das Jahreshoch, das Allzeithoch erreicht wird, ja, dann weiß man es auch nicht mehr. Tatsächlich, die Aufwärtsbewegung scheint völlig intakt zu sein, gibt nichts dagegen zu maulen. Nach wie vor gibt es zwar die Chance für diese Abwärtsbewegung, aber Chancen alleine reichen für mich zumindest noch nicht aus. Es muss auch irgendwie die Initiation passieren und die passiert aktuell einfach noch nicht. Zumindest mal beim DAX sieht das Bild noch so toll aus, dass man den Eindruck hat, alles ist noch in Ordnung. Weiterhin bleibt die Marke vom 22. März relevant. Das ist beim DAX ungefähr 15.300, denn nach wie vor wäre es durchaus nicht unrealistisch, dass wir auch noch mal so ein Verlaufsmuster bekommen, wo auch immer dieses Tief jetzt genau liegt. Das ist jetzt mal so grob einfach mal so eine Annahme in den Raum gestellt. Und das halte ich gar nicht für abwegig, dass das passiert. Insbesondere, wenn wir uns gleich den amerikanischen Markt noch mal angucken, sollten wir das im Hinterkopf behalten. Das wäre aber überhaupt gar kein bärisches Bild, sondern eigentlich nur eine Korrektur in dieser Aufwärtsbewegung und dann endlich die Chance, dass wir zum nächsten Angriff hier nach oben noch mal durchgehen. Ob der allerdings wirklich schon für neue Allzeithochs reicht, das werden wir dann sehen. Aber vielleicht wird es nicht der erste Versuch, vielleicht wird es dann auch erst später, aber darüber reden wir dann. Aktuell bin ich der Meinung, aufwärts bleibt also die richtige Richtung. 15.300 wäre die entsprechende Kontrollmarke. Solange wir oberhalb bleiben, finde ich das erstmal gar nicht so übel. Wenn der Markt da durchgeht, dann sollte man sich allerdings ernsthaft Gedanken machen, oder soll es dann doch wieder die Abwärtsrichtung gehen? Hier 14.000, 13.800, 13.600. Ich halte die nach wie vor für absolut typisch, für absolut sinnvoll, dass die erreicht wird. Was soll ich da sagen? Wenn der Markt es nicht macht, muss ich nicht sagen, ja der Markt muss runter. Es wäre das typische Bild, aber wie gesagt, im Moment gibt es dafür keine Anzeichen und deshalb im Moment kein Druck da auf die Short-Seite zu wechseln. Behaltet diese Kontrollmarke hier im Blick. Das ist nicht zwangsweise der optimale Einstieg für einen Short, aber es ist zumindest mal ein ernsthafter Hinweis. Und manche einer nutzt solche Hinweise auch für einen Short. Ihr könnt euch schon vorstellen, wie das bei mir aussehen müsste für einen Short. Bei mir müsste das in etwa so aussehen, dass wir eine starke Abwärtsseite kriegen, anschließend eine Korrektur nach oben. Dann wäre das mein Trigger. Also nicht so sehr dieses Zwischenhoch, was wir hier haben, als Kontrollmarke für das Überschneiden dieser Bewegung und dieser Bewegung, sondern das typische Bild, starke Abwärtsbewegung gefolgt von einer Korrektur. Aber das kann jeder halten, wie er will. Das ist halt eher für uns so der Ansatz. Starke Seite abwarten, schwache Seite abwarten. Trigger ist der Einstieg. Also Trigger ist immer das letzte Zwischentief hier. Innerhalb dieser Korrektur wäre dann der Short. Also, aber darüber müssen wir im Moment noch nicht reden, denn es fehlt noch das. Es fehlt noch das. Und wie gesagt, solange der Markt erstmal auch oberhalb dieser Marke hier bleibt, ungefähr 15.300 hier, sollte man darüber noch nicht zu viele Gedanken verlieren, denn das ist immer noch ein bullisches Bild. Und dementsprechend, dann bleiben wir halt bullisch. Und wenn es dann doch die 16.000 wird und wenn es dann doch die 17.000 wird, dann freuen wir uns mit der longen Seite. Noch gibt es ja keine Anzeichen dafür, dass man da sich verabschieden muss. Noch sind die Aussichten dafür ja relativ gut. Wie sieht es im amerikanischen Markt aus? Da ist es ein bisschen zwiegespalten, wenn ich es mal so will. Beim Dow bin ich übergeordnet eigentlich ganz guten Mutes, ähnlich wie beim DAX. Eigentlich vom Muster, allerdings etwas anders vom Rhythmus. Schub hoch. Hier haben wir die Korrektur schon in diesem mittleren Bereich. Und jetzt haben wir eigentlich einen wunderbaren Anstieg. Wir haben so die ersten frühen Trigger hierfür erreicht. Das ist für mich kein Hardcore-Trigger, weil er liegt so innerhalb dieses Trendkanals. Deshalb ist das hoch. Vom 6. März war das hier bei ungefähr beim Future, was war das, 33.550 oder so um den Dreh war das, oder 600. Das war für mich jetzt noch nicht der Trigger. Für die longen Seite, das wäre eigentlich erst hier oben, ist allerdings natürlich relativ spät. Noch lieber wäre mir jetzt, ehrlich gesagt, wenn wir hier so einen Anstieg, Pause, Anstieg, Pause, Anstieg, kleine Pause, also größere Pausen als die hier, kleinere Pause als die da bekämen und dann das entsprechende Pandor. Zu dem, was ich euch beim DAX gerade gezeigt habe, für die Abwärtsseite. Hier habe ich es euch jetzt gemalt für die Aufwärtsseite. Das, was wir allerdings für den Nachmittag jetzt, und dieses Video ist ja eigentlich so für den kürzerfristigen Gedankenaustausch gedacht, und da sehen wir, dass wir auf dem Weg nach oben sind. Schaut euch mal das an. Das ist ein ganz klarer Weg nach oben. Und dann überlegt mal selber, wie viel Mut die Marktteilnehmer hier mit am Start haben. So viele Rücksetzer, so viele Kursüberschneidungen. Ich würde mich ehrlich gesagt nicht mal wundern, wenn der Kurs noch einmal tiefer geht. Auch hier würde ich vorläufig mal die Zwischenhochmarke 22. März, das ist das gleiche Datum wie beim DAX, als einen Indikator sehen. Solange wir oberhalb bleiben, ist gut. Da wir hier, das ist jetzt für die Fortgeschrittenen, eigentlich eine Situation haben, starker Anstieg. Hier haben wir eine scharfe Korrektur. Scharfe Korrekturen, sehr simpel gesagt, kann man daran erkennen, dass die Hochs weit weggehen von dem initialen Punkt. Das könnte hier tatsächlich eine Seitwärtskorrektur werden. Und Profis unter euch wissen, dass sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, wenn wir vorne eine scharfe haben, hinten eine Seitwärtskorrektur erfolgt. Oder umgekehrt. Jetzt haben wir vorne allerdings eine scharfe, würde hinten durchaus für eine Seitwärtskorrektur sprechen. Das wäre zumindest mal eine typische, eine klassische Überlegung. Aber das ist keine Pflicht, das ist keine Regel, das muss so sein, sondern es ist eine sogenannte Richtlinie, wo man sagen kann, meistens haut das hin. Also als Orientierung würde mich das gar nicht wundern. So ähnlich wie beim DAX, wo ich ja auch gesagt habe, naja, im Zweifelsfall. Aber selbst wenn er nochmal nach unten geht, diese Marke, und die liegt bei ziemlich genau 33.000, wohlgemerkt, beim Juni-Kontrakt des Dow Jones Futures. Wenn ihr auf den Index schaut, dann seht ihr aber das 22er hoch hier, solltet ihr relativ einfach ebenfalls erkennen. Also solange es oberhalb bleibt, ist erst nochmal alles safe. Insgesamt muss ich sagen, bin ich sowieso durchaus gewillt, hier die bullische Seite gedanklich weiterzutragen. Für mich, für alle Long-Positionen weiterlaufen lassen, gibt es keinen Grund, die jetzt zu schließen. Für Einstiege hier bei diesem Index konkret, wäre das am schönsten, wenn wir so ein 5-Welle nach oben kriegen, dann die Korrektur in die Mitte. Der darf dann auch wieder hier drunter. Da ist jetzt wieder verwirrend. Wieso darf der und der nicht? Das hier fassen wir als quasi die vierte Welle auf. Also im Prinzip die erste hoch, die zweite als Korrektur runter, die starke dritte Welle, Klassiker, die vierte Welle. Und diese vierte Welle und die zweite sollen typischerweise nicht überschneiden. Und dann kriegen wir noch die fünfte hinten dran. So nach 5 wird wieder neu angefangen, dann kommt eine Korrektur. Und diese Korrektur, viele erinnern sich, die läuft so in diese Mitte rein. Ihr wisst, dass ich häufig diese blauen Kisten male. Das ist dann Fibonacci-mäßig, so wie ich es hier habe, so in der Mitte. Das zeichne ich euch jetzt noch nicht genau, weil wir den Punkt ja noch nicht haben. Deshalb weiß ich ja noch nicht, wo dieser Kasten liegt. Aber ihr seht schon, der ist sogar gar nicht untypisch, dass es da zu dieser Überschneidung kommt. Dann allerdings dieser Bewegung. Mein aktuelles Muster bezieht sich aber da drauf. Das möchte ich jetzt nicht sehen, dass er da durchgeht. Weil dann habe ich nämlich den Eindruck, dass wir das und weitere bullische Chancen vorläufig zumindest mal begraben können. Also zusammengefasst für heute Nachmittag, meine Begeisterung hält sich in Grenzen für die nächsten vielen Stunden. Ist mir das zu korrektiv im 5-Minuten-Chart, um wirklich begeistert zu sein. Also das heißt, auch wenn der Markt nach oben geht, meine Kaufentscheidung würde ich aktuell nicht beim Dow Jones, sondern wenn, dann woanders treffen. Das wäre was für die Short-Seite. Und Short-Seite idealerweise, wenn der Kurs sowas macht und sowas macht und dann anschließend die Abwärtsseite entsprechend triggert. So, wie sieht das bei den Kollegen aus? S und P. Da muss ich sagen, das gefällt mir gar nicht so schlecht. Wenn ich mir nämlich das angucke, was wir hier in den letzten vielen Minuten hatten, hier seit gestern sozusagen, Aufwärts-Korrektur, und dann hätten wir hier irgendwie Seitwärts-Korrektur, zack, und jetzt sind wir so dreiwellig, und da können wir wieder mal messen, ist das denn schon eine hinreichende Größe für eine Korrektur? Messen wir vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt, und wir erinnern uns, die blaue Kiste, der Klassiker der Rücksetzer, 38er, 50er, 61er, eventuell ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, auch okay. Jawohl, haben wir gesehen, das ist dreiwellig, also ein klassisches Korrekturmuster. Würde bedeuten, dass für heute Nachmittag beim S und P ein Bruch dieser Marke zumindest mal den einen oder anderen hier eher auf die bullische Seite locken dürfte, denn diese Abwärtsseite ist entweder dreiwellig, hier hinten sowieso stark korrigierend, wegen der vielen Überschneidung, also falsche Richtung, und im Vergleich zu dieser relativ starken Aufwärtsrichtung, dementsprechend die Aufwärtsseite, das eigentliche Maß aller Dinge, die Abwärtsseite, die Korrektur und anschließend dann, wie gesagt, die Aufwärtsseite als nächste Fortsetzung. Dementsprechend, für all diejenigen, die es sich angucken wollen, beim Future, da müsst ihr notfalls übertragen, falls ihr es auf irgendwelchen anderen CFDs euch anguckt, einige CFD-Broker haben eine echte Orientierung auf den Zwischenhochkurs hier, nein, auf den Future wollte ich sagen, so dass dieser Zwischenhochkurs hier exakt der gleiche sein sollte beim CFD wie beim Original Future Markt, ansonsten müsstet ihr euch das heute Mittag um 15.20 Uhr, 15.30 Uhr hier irgendwie als Zwischenhoch mal merken, 4.143, ich mache es nochmal einmal groß, viele sagen, wir wollen es nochmal groß sehen, aber eigentlich kommt es ja hier auf das Muster an, dieses Zwischenhoch wäre eigentlich so diese Marke, die ich dafür recht relevant finde, also das wäre ein Long-Wert, mit welchen Zielen? Naja, da muss ich jetzt ein bisschen rumlügen, denn theoretisch würde ich doch am liebsten sagen, das, was wir vorne haben, kriegen wir da hinten nochmal, insbesondere wenn das die erste Welle ist, und da kommen wir jetzt zu meiner Lügerei, denn das ist nicht die erste Welle, wie wir hier schon sehen, der Markt war vorher hier schon mal einmal tiefer, man sieht es hier, das ist tiefer als das, also ich bin mir nicht so sicher, ob die Ziele wirklich 1 zu 1 gleich lang sind, da wäre ich ein bisschen verhalten vorsichtig, aber zumindest mal die Aufwärtsseite wäre aus meiner Sicht die nachvollziehbar bessere, überlegt euch halt, ob ihr irgendeiner Form den Stopp hinterher zieht, das kann super Trendparabolik sein, 5 Minuten, so auf den ersten Blick ist zu eng, ich mache es nochmal einmal ganz kurz dran, schaut mal hier, das ist hier eigentlich eine Stufe zu eng, vielleicht eher im 15-Minuten-Chart, da hinterher ziehen, hat man noch nicht ganz so viel zu tun, oder aber sagen, na gut, ich mache es im 5-Minuten-Chart, entweder er läuft jetzt, so wie hier, oder ich fliege halt raus, das ist auch egal, habe ich aber wenig Risiko, weil enger Stopp, also die Aufwärtsseite scheint hier vorläufig noch Trumpf, hier wüsst ihr allerdings, dass ich übergeordnet nicht so super glücklich bin, aber was soll ich euch sagen, solange es nach oben geht und solange die vorläufigen Anzeichen nach oben zeigen, muss ich da nicht auf die Short-Seite wechseln. Spannenderweise hatten wir beim Nasdaq vorhin ziemlich genau das umgekehrte Bild im 5-Minuten-Chart zumindest mal, nämlich eine starke Abwärtsseite und dann haben wir eine Aufwärtsseite, die wie viel wellig ist, was würdet ihr sagen, drei wellig, richtig, und das war die erste Welle, nur dann, wenn es vorher von unten kam, jawohl, es kam von unten, das ist der höchste Punkt, vorher war es tiefer als das hier, das heißt, Zielmarke war das hier und da hat er gesehen, das hat er gesehen. Also ihr seht diese Mechanik, grundsätzlich seht ihr auf allen möglichen Zeitebenen, allen möglichen Märkten, ob Long oder Short, es ist immer wieder das Gleiche. Ein bisschen haben wir jetzt die Chance, dass das, was wir hier haben, ebenfalls ganz gut ist, das, was wir hier haben, drei wellig ist, das heißt, wenn er jetzt nicht weitergeht, sondern wenn er da drüber geht, das ist hier ungefähr über 13.165, Future-Preis wohlgemerkt, Elfter, heute Nachmittag, 15 Uhr, irgendwie was, dann wäre das ein Long-Einstieg, jetzt müssen wir noch gucken, ist das der tiefste Punkt? Nee. Und da gefällt mir dann das CRV nicht, weil ich hier keine klaren Ziele habe, ich weiß nicht, wie hoch der noch geht, weil, ich habe es eben erklärt, die 1 zu 1 Projektion ja nur für die erste Welle gilt, der Kurs kam aber hier von unten, nicht von oben, das war hier eben anders, schaut euch das Video notfalls nochmal an, wenn es zu schnell ging, das heißt, ich weiß nicht genau, wie weit das geht und wenn das hier mein Tiefpunkt ist, dass mein Trigger sein soll, dann ist mir dieser Abstand zu weit gegenüber dem, wo ich nicht genau weiß, wie weit der da oben gehen soll, das heißt, hier würde ich den S&P bei dieser Trigger-Marke, die ich eben angesprochen habe, bevorzugen, gegenüber dem, die Idee ist die gleiche, aber das Chance-Risiko-Verhältnis lässt mir die Gestaltung nicht so sinnvoll zu, wie ich das hier, also beim anderen besser zu, als ich das hier jetzt entsprechend haben kann. Ich wäre aber sofort wieder guten Mutes, wenn wir hier jetzt heute Nachmittag sowas bekämen und sowas, dann habe ich ja wieder ordentliche CRVs, ein echtes erstes Anstiegsteilstück, dann hätten wir das hier als Risikogröße, das als Gewinnseite und da seht ihr, das sieht doch schon ganz gut aus und wer sogar den Stopp auf die 78er hat, hat sogar noch weniger Risiko und dementsprechend ein noch besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Also, bekommen wir gleich das, ist das tatsächlich ja auch ein bullisches Zeichen. Ob wir das bekommen, das weiß ich an dieser Stelle nicht. Deshalb, hier mit der Long-Seite, vorsichtig oder eben auf sowas warten. Beim S&P, denke ich mal, kann man durchaus mutig sein und diesen Versuch mal starten, da sollte das Chance-Risiko-Verhältnis, ich mache noch mal dieses Bild hier kurz an, selbst wenn der Kurs jetzt nicht ewig weit steigt, bis hierhin, das wäre die Risikoseite, wenn ihr die 78er nur nehmt, dann messt ihr vom tiefsten Punkt bis zum Einstieg ungefähr, dann ist die 78er-Marke sogar, ich mache mal die unteren weg, damit ihr es besser seht, bei 4.131 als möglicher Stopp und dann seht ihr, das sieht aus, als ob man daraus ein Trade durchaus basteln kann, wenn man dann sagt, naja, ich würde gerne noch mal in diese Richtung gerne mit dabei sein. Und wie gesagt, Trailing-Stops sehr, sehr willkommen im aktuellen Markt. Ja, viel mehr kann man nicht sagen, gar nicht so schlechte Voraussetzungen beim Nasdaq und beim S&P, insbesondere beim S&P, weil man ihn dort auch besser gestalten kann, wahrscheinlich. Der Dow Jones, ein bisschen eigenartig, da muss ich gestehen, finde ich die Long-Seite aktuell nicht so sexy, aber noch kein Anzeichen für die Short-Seite, deshalb, da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und viel Erfolg.